guten morgen leute ich grüße euch heute am montag dem 17 april zu einer weiteren mitfahrt ja und wie man schön sehen kann fängt es gerade an zu regnen und die die schon öfter mitfahren wissen ja regen in gar genau heißt dass ich eigentlich etwas weniger arbeit habe weil ich den aufliegen nicht umstellen muss und heute ist aber nicht mein normaler staplerfahrer da sondern eine vertretung und ja den habe ich gefragt wie ist das regen und er meint kein regen nach seiner app natürlich ist ja klar die leute heutzutage die gucken nicht mehr in den himmel und das heißt sie gucken da hoch aber was sie da sehen ist ihnen egal maßgeblich ist für sie die app ja und wir sehen ja was die app jetzt hier sagt kein regen und er hat ja dann hat mein kollege doppelte arbeit weil er muss dann den den ich reingestellt haben wieder rausziehen damit er einen ladeplatz unter dach hat und dann muss er ihnen wieder rausholen deswegen man kennt sich ich habe mich wieder schön zurück und nach rechts versetzt hingestellt ich meine 90 prozent der kollegen dies drauf haben kommen auch so rum aber es ist eben schöner wenn ein bisschen mehr platz ist ja wochenende war gut aber nicht vom wetter her das kann man wirklich nicht sagen also was da an regen gelaufen ist ich meine ich habe kein problem mit regen aber wenn das so in einer tour durch regnet ja immer nur regen 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 dann geht es einem irgendwann auch mal auf die nerven beziehungsweise wir wollen unser radio ausschalten jetzt bin ich ja mal gespannt ob es jetzt in den ersten minuten irgendwelche tonprobleme gegeben hat ja die jetzt natürlich ja ich hoffe jetzt eliminiert sind mit dem ausschalten des radios oder ist gar nicht aufgetreten oder man muss erst das radio ausschalten und dann hier die geschichte aktivieren wir werden es merken da seid ihr auf jeden fall ja das ist schon mal gut aber das haben wir auch schon länger nicht mehr gehabt den total ausfall ja sieht eigentlich alles ganz gut aus es ist alles frei aber ihr wisst ja das ist hier so auf geht's einfach keine lust dass mich jemand blöd anspricht weil ich da drüber gerutscht bin was nicht nur ich sondern 99 prozent andere auch machen aber okay wir wollen es mal nicht hier provozieren ja ja ist auch mal so die letzte woche da war immer so ankunftszeit 11 45 rum heute 12 11 gut ein bisserl schinden wir vielleicht raus gut da hinten an der ampel haben wir wieder verzug haben wir letzte woche auch nicht großartig gehabt aber es ist schon rund auf 1 50 also nichts da müssen wir mal sehen ein bisschen holen wir noch raus naja ungefähr so wie immer ja das mit dem wetter das war schon störend weil ich hatte mir ein bisschen was vorgenommen und am ende nichts gemacht weil es ist so wenn es jetzt unbedingt sein müsste dann stelle ich mich natürlich an strömenden regen hin und bastel da rum aber das ist natürlich mit zusätzlichen schwierigkeiten verbunden wenn man dann mit akkuschraubern und so weiter also mit elektrogeräten und kabel arbeitet dann ist das bei regen also nicht gerade so der hit muss man immer achten dass es nicht im regen liegt und dass das unter dach ist und so weiter und so fort und nee ich habe am ende gesagt das bringt es nicht es war zwar enkel theo da um zu helfen aber da musste ich ihn leider enttäuschen da gab es nichts gut wir haben ein bisschen anderes programm gemacht haben wir mal sind wir mal ein bisschen bei uns in die boxbude gegangen weil er jetzt auch bock drauf hatte also habe ich mich ein wenig ein ganz klein wenig sportlich betätigt und wir sind natürlich rausgegangen wie man an den videos auch schön sehen kann trotz des regens sind wir eben draußen gewesen ja die kleine roby unser neuer hund da der welpe der ist was so was betrifft recht schmerzfrei also schlechtes wetter oder so kann ich nicht feststellen dass ihnen das bis jetzt dann geht und so macht das hündchen schon fortschritte hat zugenommen wie geht schon mehr als unsere kleinste und ist auch schon größer von der höhe her und wie man im dem letzten privat video aber blitze aber aber da gab es ja nichts zu blitzen wenn man 60 fährt oder 70 halt man ja wie man im letzten video schön sehen konnte ja ich will jetzt nicht sagen ich muss erst mal gucken hier also das verstehe ich nicht warum man nicht schon er bremst das ist aber gut ja nach 14 ich will jetzt nicht sagen nach zwei wochen ist das eis gebrochen es läuft eigentlich richtig gut aber bis sie so richtig was miteinander klar machen das dauert immer seine zeit zum glück kenne ich das ja schon von früher her und die zeit haben wir ihnen auch gegeben und gestern dann nach zwei wochen da ging es dann das erste mal so ein bisschen ab zwischen unserem jüngsten den benni und der kleinen insgesamt läuft es gut die alten haben gemerkt es geht ihnen nichts verloren dadurch keine konkurrenz das futter ist nicht weniger geworden und auch die zuwendung sag mal kannst du mich mal lass mich doch mal ey der wollte mich doch jetzt eiskalt nicht rauslassen eiskalt und was er hier abzieht weiß ich auch nicht ja klar ey voll am telefonieren und schläft dann beim fahren ein ey ey das gibt's doch nicht ey also wirklich manche die tun wirklich so als wenn sie alleine auf der straße wären ja da sind wir auch gleich wieder beim thema was heißt wir sind gleich beim thema am freitag das war natürlich schon ziemlich heftige hüble aktion die der typ da gerissen hat und es gab ja mindestens zwei die meinten ja du musst ihn anzeigen aber ich sage euch ganz ehrlich das ist die mühe nicht wert ich weiß klar wenn 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 alle immer sagen nee mach ich nicht bringe ich zur anzeige dann werden solche leute niemals 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 zur rechenschaft gezogen sage ich mal aber man muss einfach verschiedene dinge bedenken ich hätte den jetzt anzeigen können ich hätte ja auch zur not sagen können dass ich eine filmaufnahme vom geschehen habe und mit dem kennzeichen obwohl das schon so ist nein wer sich da so rechtlich mal ein bisschen schlau macht oder sich auskennt es ist so eine sache so aber es ist ja da ich ja kein gesicht gesehen habe und gar nicht weiß wer da gefahren ist in dem sinne immer noch die möglichkeit für den halter oder auch für denjenigen der in dem moment gefahren ist zu sagen ich bin nicht gefahren sicherlich kann dann abgefragt werden wer ist denn gefahren und wenn die leute sagen weiß ich nicht kann ihnen natürlich in einem herdefall auch ein fahrtenbuch auferlegt werden so nach dem motto beim nächsten mal gibt es dann keine frage mehr aber es kommt eben darauf an ist es ein entsprechender fall ich habe das schon mal gemacht und zwar da war es aber deutlich schlimmer hier der typ am freitag hat mich einmal ausgebremst gut das eine mal hat gereicht ich fand es auch wirklich es war ein gefährlicher eingriff in den straßenverkehr ohne frage also und ich habe mir das selber noch mal die ganze zähne angesehen ich habe war erst im glauben derjenige hätte hinter mir länger irgendwie warten müssen bis ich da irgendwie überholt habe in einer schlange so dass ich da bei ihm so ein kleines wütchen da aufgestaut hat aber das war ja gar nicht der fall das war überhaupt nicht der fall sondern das war eine situation da war nur dieser eine lkw und ja aber der wusste genau ich will raus und hat erst mal da durch das nebenfahren das so richtig verhindert hat mich quasi da ein bisschen behindert und dann allerdings als er dann vorzog und ich dann raus ging und er dann in die eisen ging das war natürlich eine nötigung vom feinsten mal vor allen dingen wie 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 übel ist das für die die hinter mir gefahren sind eventuell nicht so viel abstand gar also ich fand es total daneben aber ich habe es aber schon mal nachts erlebt hatte ich noch da habe ich noch gar nicht gefilmt das war noch bei der alten firma da war ein büchertransport auf der fahrt nach köln da hat sich auch einer darüber geärgert dass man überholt hat ja und als ich dann nach rechts ging nach dem überholvorgang ging derjenige auch nach rechts und hat mich also bis auf 30 runter gebremst ach ja gut das war eine sache der hat es also so zwei mal hat er mich ausgebremst in der nacht aber ich habe mich da jetzt vertan es gab noch mal eine weitere situation da bin ich damals über die 66 gefahren also hier dann später über die sieben und auf der sieben ist am anfang überholverbot als dann kein überholverbot mehr war bin ich raus um halt zu überholen und ich hatte vorher geschaut es war lang frei und ja dann bin ich rausgezogen überhole oder setze an und da kommt von hinten jemand mit einem pkw gibt mir volles rohr die lichthupe macht da ein riesen theater tut so als wenn er zwischen lkw und leitplanke noch irgendwie durchfahren wollte oder so also unmögliches gebahren ich meine an sowas da störe ich mich eigentlich nicht lasse mich doch nicht provozieren oder irgendwas ich meine was juckt mich das wenn da einer 15 meter hinter mir mit der lichthupe rum spielt überhaupt nicht ich habe dann zugesehen dass ich vorbeikomme das ging auch normal zügig das war jetzt kein elefantenrennen nichts bin dann nach rechts derjenige hat mich überholt und anstatt dann seines weges zu ziehen zieht er vor mir rein und bremst mich wirklich brutal aus ich habe dann nicht nur abgebremst sondern das war so heftig dass ich dann auch ausweichtechnisch nach links gezogen bin da war zum glück alles frei und so was macht derjenige zieht auch wieder nach links bremst mich wieder aus ich habe auf so eine scheiße sagte ich auch am freitag schon überhaupt kein bock ziehe also wieder nach rechts um den vor mir weg zu bekommen da zieht er auch wieder nach rechts bremst mich das dritte mal aus und da hatte ich dann mittlerweile schon fotografiert mit meinem uralts handy da also so dass ich die nummer hatte und habe mir gesagt den zeigst du an er zog dann von dannen ich bin dann ja zur firma gekommen und dann zur polizei gefahren ja heute bin ich da schlauer die fragten mich wo ist das passiert ich sah auf der autobahn haben die gesagt ja dann ist die autobahn polizei zuständig also ich unverrichteter dinge wieder von der normalen polizei weg zur autobahn polizei und da hat dann beamter den vorfall aufgenommen es war so dass ich parallel auch noch das ist also so das war ein firmenwagen einer doch in unserem kreis bekannten firma und ich war so sauer dass ich dann angerufen habe in der firma und habe gesagt also leute wie da welche bei euch fahren das geht auf keine kuhhaut und ja kurze zeit später kriegte ich auf einmal einen anruf und dann war da der lenker dieses fahrzeugs am apparat weil die hatten ja jetzt durch versenden meiner nummer meine mobilnummer und fing dann an da irgendwie sich zu rechtfertigen und von wegen ich wäre ja rausgezogen und so und er gab zu dass er da mit 160 daher geblästert ist ja gut ich meine das ist ja das was ich oft schon gesagt habe die hohe differenzgeschwindigkeit ich ziehe da raus sagen wir mal mit 90 eher 160 70 sachen mehr drauf da muss er schon mal ein bisschen in die heißen gehen je nachdem wenn er pennt ja wenn er rechtzeitig das sieht reicht vielleicht auch gas wegnehmen naja er wollte sich da irgendwie rechtfertigen ich habe gesagt weißt du was jung ich will deine rechtfertigung überhaupt nicht hören ich sag du wirst jetzt post vor der polizei kriegen und ich sag mal so klein bisschen unruhe bei demjenigen bis er dann die post hat fand ich schon ganz okay ich wusste was daraus wird am ende vom lied war dass man das verfahren eingestellt hat der beschuldigte war ja hat nichts gehabt so keine keine altlasten oder was nein ja jetzt kriegen die wieder hier keinen abschluss rein naja er hatte keine anderen vorfälle danach schauen die schon mal also mir hat mal jemand erklärt wenn die richter die die anzeige rein kriegen die gucken dann immer ob derjenige schon mal auffällig geworden ist ist der schon mal auffällig geworden hat natürlich meine anzeige ein ganz anderes gewicht aber das war junger unbescholtener bursche und dann haben die das verfahren eingestellt ich wusste das aber ich habe mir gedacht es ist so ein gewisser vielleicht ein gewisser lerneffekt für denjenigen wenn er einfach mal merkt dass solche sachen wie ausbremsen und so ja dass es dann schon leute gibt die sich das nicht gefallen lassen die mal zur polizei gehen die ihn mal anzeigen und wenn es mal dumm läuft kriegt er auch eine richtige lampe dafür wenn man eventuell einen zeugen hat ja ich hätte ja nur einen beifahrer gebraucht der gesagt hätte ja ich kann diesen vorfall bezeugen und schon wäre derjenige reif gewesen so stand natürlich in anführungsstrichen aussage gegen aussage boah er sitzt da echt im im fein rib unterhemd voll der sommerausbruch bei dem jungen ich meine 10 grad ist nicht schlecht aber es ist nach wie vor feucht ja ich weiß nicht wie die das nachher machen ist mir aber auch egal ich habe jetzt meine arbeit gemacht ich fand es seine entscheidung nicht richtig zu sagen da ist kein regen aber okay er ist derjenige welcher wir kriegen hier gerade ein hinweis rein eine minute können wir einsparen mit sicherheit sollen wir dann über die sechs fahren ja da fahren wir einfach mal über die sechs stücke das heißt kurz nach dem auffahren auf der sechs ist ja hier vorbei mit dem video diese woche wieder ganz normal montag mittwoch freitag nächste woche eine woche urlaub kein lkw video sage ich gleich schon es gibt ja nichts vor produziertes bei mir und ich mache auch kein also ich wüsste nicht dass ich was altes wieder hochladen oder so habe ich auch schon mal gemacht aber nö ich denke mal in der woche wird es das ein oder andere privat video geben einmal natürlich hier ja dieses kleine projekt was ich da am laufen habe was ich mir da zusammenbauen will das werde ich mal ein bisschen mit der kamera begleiten also ich habe ja gesagt nicht schraube für schraube sondern eher so bauabschnitt für bauabschnitt ist natürlich am wochenende nichts gelaufen ich hoffe einfach mal dass jetzt am kommenden wochenende beziehungsweise in der nächsten woche ich da richtig durch starten kann ja ja und wie gesagt weil so verfahren dann eingestellt werden erst recht wenn natürlich derjenige schon direkt am sticken hat okay dann hätte natürlich meine aussage mehr gewicht vor allen dingen mit dem ja mit diesem video beweis bin ich sehr vorsichtig den ich na komm ja vor allen dingen habe ich nicht verstanden welchen grund derjenige jetzt hatte ja da wenn ich eben sagen wir mal mal reingezogen wäre ja wenn er hätte vielleicht hinter mir bei einem elefantenrennen lange warten müssen aber das war alles nicht der fall ich habe also dieses verhalten nicht nachvollziehen können wenn jemand anders was da was anderes da gesehen hat kann es mir ja im kommentar schreiben vielleicht bin ich da auf dem holzweg wie man so schön sagt aber selbst wenn ich vor ihm eingezogen wäre oder so ihr alle wisst dass wenn die die fehler der anderen oder oder die taten der anderen berechtigen einen nicht zur selbstjustiz ja eine sache die ich jetzt schon mal die werde ich jetzt in jedem video ankündigen auch relativ am anfang nächste woche mittwoch das ist der 26 april in meinem urlaub um 18 uhr bis voraussichtlich maximal maximum 20 uhr also eventuell auch nur von 18 bis 19 uhr aber wenn 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 alle spaß haben und es läuft dann halt bis 20 uhr da machen wir dann einen live stream ich will bis dahin mal ausprobieren ob ich gopro oder dji als webcam nutzen kann oder ich hole vielleicht noch eine andere webcam weil das bild fand ich also nicht so schön war aber akzeptabel also im schlimmsten fall gibt es das bild wie vom letzten mal aber das hängt nicht nur mit der kamera zusammen es hängt auch mit dem licht zusammen weil ich habe ja kein ausgeleuchtetes filmstudio oder so sondern das ist da ja man sieht ein teilbereich vom von einem sehr kleinen wohnzimmer aber ich denke mir es geht auch mehr um das was so besprochen wird wie gesagt montag ach montag sorry mittwoch mittwoch der 26 april 18 uhr da werden wir live stream machen ich werde es aber am mittwoch und am freitag auch nochmal ankündigen dass das läuft ja mittwoch habe ich auch noch einen anderen termin da geht die ganze bagage die ganze hunde bagage zum impfen das können wir dann für alle durchziehen wir wollten ja eigentlich meinen tierarzt ein bisschen überraschen hier mit der rovi aber wir waren ja jetzt schon einmal da so zum checken halt naja da kann er dann direkt sehen wie sie sich entwickelt das ist die Ja, ich habe auch heute Nacht gesehen, da hinten bei vor Butzbach, das betrifft uns aber hier auf dem Rückweg nach Hause erstmal nicht, aber bei Butzbach, da machen die irgendwie eine größere Baustelle auf. Naja, gut, nachts tangiert mich das eigentlich wenig. Da kommst du in der Regel durch die ganzen Baustellen ziemlich locker durch. Aber ich weiß nicht, ob die andere Seite nicht auch mit einbezogen wird. Muss man abwagen. Peu à peu geht es halt jetzt wieder los mit den größeren Baustellen. Messe Karlsruhe. Am Freitag haben wir dann auch mal eine kleine Aktion insofern gemacht. Ein Kollege von mir, der hatte vier alte Fenster, die ich gut gebrauchen kann, dafür mein Projekt da, für diesen Masthundstall. Und er hätte mir die auch zur Firma mitgebracht. Aber da meine Frau, die signalisierte, dass sie... Guckt euch, guckt euch das hier an, ey, ey, unfähig mal nach links zu gehen. Naja, ähm, ja, die äußerte doch auch, sie würde gerne mal wieder zu McDonalds gehen. Ich bin da nicht so der Freund von, sagen wir mal so, äh, ich ziehe Burger King vor, wenn ich die Wahl habe zwischen den beiden. Aber im Grunde, äh, ist das überhaupt nicht mehr mein Ding. Ich bin ehrlich, ich habe mal eine lange Phase... Aaaaah, ey, dass sie sich das immer so spät überlegen müssen, ey. Mann, Junge, ist doch kein Abstand hier. Auf jeden Fall, ähm, ey, ich, wie gesagt, ich bin früher mal eine ganze Phase lang da hingegangen. Ähm, heute, naja, irgendwie bin ich da überhaupt nicht mehr von begeistert. Aber sie wollte gerne da hin und da habe ich gesagt, weißt du was, wir machen das so, äh, wir gehen erstmal schöne Runde im Wald. Damit so ein bisschen der Dampf raus ist, ich sage, und da nehmen wir den jungen Hund mit. Äh, dann, ja, da kriege ich ja, nehmen wir den einfach, weil bei McDonalds darfst du den mit reinnehmen. Äh, ich sage, dann, dann machen wir so ein bisschen Übungen, so hier mit Geschirr, Leine und, und auch so mit Läute halt und, und Geräusche und so weiter und so fort. Nö, und das klappt auch ganz gut. Ich hatte sie erst auf dem Arm. Beim Essen habe ich sie dann abgestellt auf dem Boden. Und da kam dann ein kleiner Junge, wollte sie streicheln, fragte, ob er sie streicheln darf. Ich sage, ja, darf sie. Aber er kam immer mit der Hand von oben auf den Kopf runter. Und ich meine, das ist so mal eine Sache, die, äh, das ist die falsche Technik halt. Naja, man, man hält die Hand so dem Hund so hin, dass er die sehen kann, ja, von vorne. Gut, wir haben den natürlich so ein bisschen gewarnt, haben gesagt, er hat spitze Milchzähne. Weißt du, wir wollen ja auch nicht, dass da irgendwas läuft. Und dann ist das Geschrei groß. Jetzt wieder. Er hängt jetzt hinter dem Tieflader und, und, ja, jetzt hat er, der hätte aber schon vor zwei Minuten rausgehen können. Ich verstehe nicht, warum die alle so nah dann auffahren, bis sie dann mal rausgehen und auch so lange warten. Wartet er darauf, bis ich dann rangekommen bin oder was? Naja. Ach, hier, das sieht nicht gut aus. Die grünen hier, das ist nämlich auch hier Baustellenabsicherung. Ah, ich bin mal gespannt. Also es wird wieder einiges jetzt im Sommer natürlich auf uns zukommen über diese lange Strecke halt baustellenmäßig. Das bleibt dicht aus. Und was natürlich da auch wieder ein bisschen auf die Zeit geht. Ah, hier, kleiner Erlekönig. Was ich oft nicht verstehe ist, wenn die Leute auffahren. Ich meine, da mangelt es ja oft an der Beschleunigung. Aber wenn sie dann einmal auf der Bahn sind, also guckt euch diese entschuldigt, wenn ich das sage. Aber das ist wieder in meinen Augen, aber vielleicht eben nur in meinen Augen war das doch schon wieder scheiße. Ja, so spät zieht er da rüber, zieht mir vor. Intercity hast du nicht, ey. Das ist doch total, also... Ich weiß nicht, ich versuche das alles immer, solche Sachen vorher schon rauszunehmen. An seiner Stelle wäre ich schon längst rechts gewesen. Ich meine, ich habe hier natürlich den Vorteil, ich kenne die ganzen Neuraden, ich weiß, hier fahren sie drauf und auch natürlich wie immer, sie fahren nicht sie, teilweise sie, obwohl der ist jetzt angepasst. Wir brauchen mal nichts sagen, aber ihr wisst ja, zum Teil kriechen sie drauf und von daher, was ist das denn für eine Büchse hier? Suzuki Ignis, ah ja, Mini-SUV. Ja, ich hoffe mal, dass mich hier nicht wieder die übliche Montagsmüdigkeit überkommt, aber ich denke mal nicht. Ich habe extra mir schon meine Milch mit Schuss klar gemacht. Ja, Auto war ja am Wochenende in der Inspektion, also Inspektion, neuer Luftfilter halt, hat sich nichts verändert, läuft genauso gut oder schlecht wie vorher. Ja, es bimmelt und bimmelt das Ding da, weil die da wieder irgendwo, irgendeiner in der ganzen Kette hat natürlich seinen Klick nicht gesetzt, dass meine Tour abgeschlossen ist. Letzte Woche habe ich auch so ein Ding gehabt, eine Tour haben sie zum Verrecken nicht abgeschlossen. Ich meine, ist mir eigentlich egal, das ist ja nur das Digitale. Ich habe ja Papierbelege abgestempelt. Ja, es wäre schon schön, wenn es mal ein bisschen, ich meine, wir brauchen den Regen oder wir können den gebrauchen ohne Frage. Und es war auch, sagen wir mal genau richtig, es war eben kein Sturzregen, wo dann die Masse sowieso abfließt, weil sie gar nicht mehr in den Boden eindringen kann. Nein, es war permanenter, feiner Regen, Niesel, Landregen, was weiß ich, mal stärker, mal schwächer. Ja, also ich denke mal, das müsste der Natur schon was gebracht haben. Gut, wenn man die Spezialisten fragt, dann sagen die, beim Grundwasserspiegel fehlt immer noch was. Ja, aber es wird ja auch nicht der letzte Regen gewesen sein. Aber meine Frau und ich, wir haben schon so gemutmaßt, ob es wirklich so heiß wird wie letztes Jahr oder ob es eventuell einen verregneten Sommer gibt wie vor zwei oder drei Jahren. Ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall, wo der Sommer doch ziemlich nass war. Auch temperaturtechnisch, ich meine, wie gesagt, hier geht es zehn, aber ich denke mal, bei uns werden höchstens sechs sein. Lässt das ja auch noch zu wünschen übrig, Mann. Wünscht sich doch mal zweistellige Temperaturen. Ne, das war schon wirklich ein trübes Wetter. Ich weiß gar nicht, ob er mir immer noch sagt, über die Sechs. Äh, jo. Er meint immer noch, fahr über die Sechs, na gut. Was heißt er, sie, Else? Else empfiehlt mir, über die Sechs zu fahren. Dann tun wir das auch. Aye, das war schwe elimin. Pfuihlt-Fort. Pfuihltr. themselves einmal, Pfuihltr. 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 Das hat sich mal in den Kommentaren geschrieben, actionreiche Heimfahrt am Freitag. Aber ihr wisst ja, wie ich da drauf bin. Auf solche Action kann ich gut und gerne verzichten. Ich bin ehrlich, ich fahre zügig. Ich will auch zügig durchkommen. Ich schaue auch, wo oder wie ich fahren muss, damit ich am besten durchkomme. Ich treffe das schon mal, wie ich so schön sage, taktische Entscheidungen. Welche Spur ich nehme oder ich überhole eben mal hier, mal da, um halt vorwärts zu kommen und so. Aber alles ohne Konfrontation und Provokation, ja. Ich habe überhaupt kein Interesse auf irgendwie Theater halt im Straßenverkehr. Aber wie gesagt, es kommt alle Jubeljahre immer mal wieder vor. Achso, ja, ich weiß gar nicht, bin ich eben... Ich war ja, ich weiß gar nicht, ob ich da stehen geblieben bin. McDonalds, der kleine Junge, und der hat immer... Ich kam mir mit der Hand von oben und da habe ich... Ja gut, der war so ein bisschen älter vielleicht als Theo oder was, da habe ich ihm gesagt, nein, so nicht, du musst von oben... Und dann wurde ich wohl ein bisschen lauter und deutlicher, dass meine Frau mich schon ermahnt hat oder mich schon angesprochen hat, so von wegen, der wird sonst Angst kriegen, der Kleine. Ja, aber es ist nun mal so, wenn ich dem dreimal sage, er soll nicht von oben, weil das natürlich auch dann erst recht dazu geführt hat, dass der Hund dann sehr aufmerksam und sehr, na, vielleicht da hinschnappt und dann hat er auch gezuckt halt, na. Das ist auch die Sache, dass ich erklärt habe, man darf nicht wegzucken, weil das verführt natürlich so einen jungen Hund nachzugehen. Obwohl wir das schon gut in die Bahn gelenkt haben. Ich meine, ich kann mit der wild rumspielen. Gut, ich habe ein paar kleine Macken. Meine Frau sagt immer, pass auf mit deinen Tätowierungen, na. Sicherlich möchte da jetzt nicht einen dicken Ratschen haben. Na, ich habe also hier einen kleinen Ratschen. Ich sehe so ein bisschen aus wie ein Katzenbesitzer im Moment. Das ist halt den Milchzähnen geschuldet, die aber, ja, in zwei Wochen oder so werden die sich verabschieden. Na, und hier haben wir wieder Kontrolle. Hier haben wir wieder Kontrolle. Auf dem Parkplatz, glaube ich, habe ich noch nie, will ich noch nie in den fünften Halbjahren angehalten. Oder wenn, dann ein einziges Mal, ich weiß nicht, also, ne, da stehen die öfter und wenn du dann drauf fährst, dann, ja, dann meldest du dich im Grunde freiwillig zur Kontrolle. Der bleibt immer außen vor. Ja, so wie man am Wochenende lesen konnte, hängen ja immer noch die, die, äh, diese Trucker, die da für diese Firma Agmaz oder Lugmaz, fährt fest in Gräfenhausen. Einige haben wohl ihr Geld bekommen, andere nicht. Die müssen das auch irgendwie alle da einzeln abkaspern da mit dem Unternehmer. Aber die Jungs bleiben hart, die ziehen das durch und das ist auch richtig so. Ach, er, ihr voll, voll Smartphone in der Hand. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt auch sehen konntet. Also, das war so klar, bildtechnisch. Ja, wie gesagt, da habe ich kein, kein Verständnis. Ja, ich denke mal, dass heute wird sich das mal richtig überschneiden. Also, sprich, wenn wir über Wallendorf fahren, dann wird es für mich auch Zeit, zu Hause anzurufen. Ich habe jetzt die letzte Woche oft immer etwas eher angerufen, weil ich natürlich auch heiß darauf war, zu hören, wie es so läuft bei meiner Frau. Aber die hat das super im Griff. Die hat das super im Griff. Es ist also ein bisschen durch den Kopf gegangen, dass, naja, an den fünf Werktagen ich den Hund gerade mal so fünf, sechs Stunden sehe. Und, äh, ja, sie hat den, wenn sie sieben Stunden schläft, hat sie den 17 Stunden an der Backe. Aber da, naja, keine Ahnung, was das für ein Problem war. Mann, die, sie hat schon einige Kommandos gelernt. Also, ich sag mal so, ich bin, äh, ich habe ja schon so wahnsinnig viele Jahre Hunde, bin aber kein, kein Hundeflüsterer oder super Hundeausbilder oder irgendwas. Also, ich sag mal so, ich habe es bisher ohne, ohne Hundeschule, ohne Hundetrainer, ohne Hundeverein, ohne, ohne Hilfe halt, äh, in den ganzen 40 Jahren immer alleine auf die Reihe bekommen, um die Hunde zu erziehen und, äh, ihnen das beizubringen, was eben notwendig ist, damit sie, ja, angenehme Haushunde und angenehme Zeitgenossen sind halt. Na, da gibt's natürlich schon mal kleine Defizite, ähm, die, ja, die entweder dem entsprechenden Charakter geschuldet sind, äh, oder auch der Erziehung halt. Äh, ich sag mal, wenn wir mittags so rausgehen, dann ist immer ganz schön Stimmung, das kommt aber von den Pinschern, die sind dann recht bellfreudig und so, äh, ich weiß, wie man's rauskriegt. Es erfordert nur einen Haufen Zeit und Geduld und, äh, ich hab da auch schon mal meiner Frau gesagt, naja, ich weiß, wie's geht, wir könnten's auch machen. Ich sag aber letztendlich, die zwei Minuten, die die da bellen, was soll's, es juckt mich nicht, ne, dafür der Aufwand, ähm, und wie gesagt, ich bin keiner, der den Hunden wahnsinnig viel beibringt, ist in meinen Augen überhaupt nicht nötig. Na, ich mein, es gibt ein paar Kommandos, die sind eher auch, oder, ich weiß nicht, vorher hingeklotzt, naja, äh, die sind, also, ich mein, jetzt, da scheiden sich auch die Geister, die einen sagen, Halt ist das absolut wichtigste Kommando. Also, ich sag mal, es ist ein sehr wichtiges Kommando, ohne Frage, ähm, und auch eins der Grundkommandos halt, aber, äh, worauf ich viel Wert lege, ist, äh, weil, da bin ich ehrlich, das hat bei meinem allerersten Hund, dem Rottweiler, nicht so super funktioniert, eben, der, der Rückruf, das Reinrufen, also, wenn ich hier rufe, ähm, ähm, vor allen Dingen nicht, wenn, wenn es Ablenkung gab, er hat sich gerne mal ablenken lassen, hat sich gerne von anderen Leuten rufen lassen, ist er da hingerannt, das war mir so unangenehm und so peinlich, dass ich schon beim zweiten Hund alles, alles daran gesetzt habe, äh, dass das nicht mehr so läuft. Und da habe ich dann auch noch ein bisschen Glück gehabt, das war ja damals eine American Staffordshire Terrier Hündin, die so ein bisschen misstrauisch war, das heißt, die hatte auch gar nicht so die Böcke da zu anderen hinzurennen, nur weil die jetzt Spüchse gemacht haben. Und, äh, jetzt ist es so, die, die, das Rudel, was wir so in den letzten Jahren hatten, äh, die waren alle immer so drauf, ja, wenn da jemand freundlich sie begrüßt hat und angesprochen hat, dann sind die ja auch dahin und haben die begrüßt und so, äh, freundlich halt, haben sich auch streichen lassen, alles. Aber wenn ich weitergehe, egal ob da andere Leute oder andere Hunde sind, dann geht man mit, dann folgt man dem, ja, dem eigenen Rudel und spielt nicht einfach da weiter. Und das habe ich eigentlich ziemlich gut reingekriegt. Also, äh, dass sie einfach wissen, wo sie hingehören. Wie gesagt, hier ist wichtig, komm, so wegen dem Mitkommen oder, falls er sich da mal irgendwie auffällt, komm ist die einfache Variante, die bedeutet einfach nur mitkommen, äh, weiterlaufen. Hier, da muss der zu mir rankommen, da lege ich auch viel Wert drauf, das zu differenzieren. Ja gut, da machen wir noch Sitzplatz, aber wenn ich jetzt an der Ampel stehe, zum Beispiel, ist mir erst wurscht, muss der Hund nicht unbedingt sich hinsetzen, äh, oder wenn ich irgendwo an einem Kassenschalter stehe, muss der sich auch nicht hinsetzen. Wenn er ruhig steht, reicht mir das. Es gibt nämlich bestimmte Rassen, die, ja gut, Sitz funktioniert vielleicht noch, aber ich sag euch, also beim Staffordshire Bull Terrier, so ein Schäferhundplatz hinzukriegen, sehr schwierig. Ich hab ja so Hunde schon gehabt, also die haben einfach keinen Bock da drauf. Die legen sich auch ab, aber wenn die sich ablegen, dann so, ja, less affair mit dem Hinterbein zur Seite raus, ja, indem sie sich ablegen, aber dieses, dieses Platz auf allen Vieren unter Spannung so, äh, ah, da, da, dann ist nicht so ihres, und, äh, ja, dann gibt's natürlich noch so häusliche Kommandos wie, äh, geh raus, ja, wenn sie in einem Raum sind, wo sie rausgehen sollen, komm rein und ab in den Korb, ist also eine Sache, die die Kleine schon voll drauf hat, aber das hat sie mitbekommen, weil die anderen da auch, äh, das, dieses Kommando kennen. Ja, ansonsten muss ich sagen, eigentlich recht, ja, und, äh, wichtig ist natürlich noch das, äh, das, äh, Tabu-Wort Fui. Fui wird immer bei allen Dingen angewendet, die der Hund niemals machen darf. Er darf nicht an der, auf der Leder-Couch liegenden Decke zerren. Er darf keine Schuhe nehmen. Und das ist zum Beispiel auch so der Punkt. Natürlich ist das lustig, wenn der kleine Welpe einen riesigen Schuh, der fast so groß ist, wie er selber, davon schleppt. Ja, das ist lustig. Und, äh, bei meinem ersten Hund habe ich auch nur gelacht. Und es nicht wirklich konsequent durchgezogen, das zu tabuisieren. Ende vom Lied war, der beißt die Spitze von einem Schuh ab. Nagelneue Seox-Dinger irgendwie für richtig viel Geld damals. Für über 100 DM. Und das, wie gesagt, ich rede von vor 40 Jahren. Das war, waren richtig teure Schuhe. Ja, kurz wegschmeißen, ne? Sohle und Oberleder, richtig ein Stück rausgebissen. Ich meine, so ein Rottweiler, der hat nochmal Power. Ja, und deswegen gilt jetzt bei uns natürlich, wie auch schon bei den anderen vergangenen Hunden, Schuh packen, am Schnürsenkel ziehen. Das ist alles, Fui, alles mit dem Tabu-Wort belegt. Wenn der Hund ein Spielzeug hat und es nur loslassen soll, auslassen soll, dann heißt das Aushalt. Und mir ist auch, ich meine, da habe ich mich manchmal auch ein klein wenig mit meiner Frau, weil sie sagt, naja, so wichtig oder so genau, ne? Ich sage doch, ich meine, ich will es halt aufgrund der Erfahrung und so möglichst richtig machen, ne? Dann sage ich natürlich schon mal was zu meiner Frau, wenn sie es meiner Meinung nach nicht richtig macht. Ja, wenn sie eventuell dem Hund einen halben Roman erzählt. Also, ich meine, auch ich sage schon mal zum Hund, setz dich da hin, ja? Obwohl das Quatsch ist, weil man sagt, sitz oder bei dem ab in den Korb reicht auch das Wort Korb. Wenn ich nur Korb sage, macht der Hund das gleich, als wenn ich sage ab in den Korb. So, ja, Else sagt immer noch Mannheim, also fahren wir runter, Mannheim mäßig. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir schon unterwegs? Ja, 59 Minuten schon unterwegs. Die Schmidt-Gruppe. Es gibt ja Leute, die an Hunden jede Menge Tricks beibringen. Ich meine, ich finde es schon super, wenn Leute das so hinkriegen und so. Und da steckt auch Arbeit hinter. Und du brauchst natürlich auch einen Hund, der da Bock drauf hat. Und da, das differiert auch. Es gibt Rassen, die sind lern- und arbeitsfreudiger als andere. Und, aber ich sage mal so, wozu? Ich brauche das nicht, dass der Hund sich, wenn ich Peng mache, totstellt. Ich brauche das auch nicht, dass er eine Rolle macht. Aber was ich brauche, ist, dass er zuverlässig reinkommt, auch wenn es da Ablenkungen gibt. Ich brauche, dass er sich ruhig verhält, dass er irgendwie Dinge auslässt und dass er so halt cool ist. Keine anderen Hunde, keine anderen Leute anmacht und so mir einfach keinen Stress bereitet. Denn natürlich hat man in diesen vielen, vielen Jahren, die ich schon nun habe, auch immer mal wieder Situationen gehabt, die Stress waren mit den Hunden. Aber in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr, weil, ja, ich sage mal, die Hunde immer cooler, ich habe die auch immer cooler hinbekommen. Und durch diese, ja, wie soll ich sagen, Art Mini-Rudel-Rudel-Haltung sind die draußen, das habe ich also für mich festgestellt, eh irgendwie cooler eingestellt, sozialer. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Probleme mehr, wenn ich anderen Leuten mit anderen Hunden begegne. Sind die anderen Hunden freundlich oder eben auch locker drauf, wird Kontakt aufgenommen und wenn die anderen Hunde nicht gut drauf sind, dann wird eben der Kontakt gemieden. Und meine merken ziemlich schnell, wie der andere gestrickt ist und verhalten sich dementsprechend. Lassen sich da auch nicht provozieren oder so. Hey, das läuft wirklich ganz super. Ich muss auch dringend zu meinem Nachbarn, also jetzt auch in Kürze, denn der hat, nachdem er ja viele Jahre einen Chihuahua hatte, den aus der Tschechei geholt hat, weil es da eben günstig ist, ja. Aber ich sage mal so, das war, das war ein Riesenschihuahua, also nicht reinrassig, da war bestimmt Spitz oder Jack Russell oder was weiß ich noch drin. Nein, und da hat also jetzt einen originalen und richtig teuer mit Papier und allem drum und dran. Aber das ist eben auch nur eine Handvoll Hund. Und da muss ich, also dagegen ist unsere kleine Amy, der Chihuahua Mops Mix, eine richtige Kante, ja. Und deswegen muss ich also mit unserer Robi unbedingt mal dahin, damit, ja, sie diesen kleinen Hund kennenlernt, bevor sie um so viel größer ist als der. Ich meine, sie lernt, oh, hier haben sie alles für die Frösche, glaube ich, die Dinger hingemacht. Sie lernt natürlich auch, sagen wir mal, wie man sich verhält gegenüber alten Hunden bei uns zu Hause. Und was ist denn hier los? Ach, die prüfen jetzt die Froschdinger oder was? Ja, anscheinend. Oh, jede Menge. Tesla. Nee, ist das Tesla? Nee, nee, ist nicht Tesla. Quatsch. Ist eben wie eine andere Firma. Aber ihn beschlagen, also hat er das mit seiner Lüftung und seiner Klima nicht wirklich im Griff. Nee, ganz ordentlich beschlagen. Da müsste er mal durchtrocknen. Ja, 9.28 Uhr passt wie die Faust aufs Auge. Wir haben jetzt Stunde fünf hier. Wie gesagt, ich will jetzt auch zu Hause anrufen. Ich denke mal, das war's für den Wochenstart. Ja, mittlerweile 12.07 Uhr angucken. Sieht gut aus. Wir sehen uns wieder am Mittwoch. Ja, sofern nicht doch noch zwischendurch mal ein kleines Privatvideo kommt am Dienstag oder am Donnerstag. Aber da verspreche ich nichts. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, siehst du, dass ich den Blinker rausmache? Siehst du das? Ja, aber nicht fähig, nach links zu gehen wieder. Naja, geschenkt. Ich kann eigentlich gar nicht klagen, wie es momentan läuft. Ja, ich wünsche euch an dieser Stelle noch eine gute Woche hier. Hoffen wir mal alle, dass das Wetter ein bisschen freundlicher wird, ein bisschen sonniger. Bleibt mir alle gesund und macht schön gut.